Hier ist Ahmed, der nette Zirke am Telefon, nur hier bei telefonspaß.net. Der Kamerke Stuttgart Störungsstelle, hier grüß Gott. Grüß Gott, das ist mein Name, Ahmed. Habe ich die Frage, ich mache gerade Schraube bei meinem Fernseher, da mache jetzt nichts mehr Licht, warum? Telefonspaß. In der ganzen Wohnung kein Licht mehr. Ganze Haus nix, ganze Straße, ganze Straße nix. Die ganze Straße nicht, wo sind Sie? Lagerstraße. In der Lagerstraße? Lagerstraße. Wo sind die? In Stuttgart. Stuttgart, welcher Stadtteil? Neugehäuert? Nein, keine Stadt. In Cannstatt. Ich bin, weißt du, ich bin machen offen meine Fernseher, schrauben, weil nichts mehr gut. Und dann mach, dann kaputt, nix mehr Licht, ganze Straße dunkel, warum? Die ganze Straße dunkel. Ganze Straße, nix luchten. Also nicht nur in Ihrer Wohnung, sondern die anderen Leute auch nicht. Leute nix wissen, Straße dunkel. Moment. Telefonspaß.netz Hallo, Früulein. Früulein. Kommst du bei die Telefonin hin? Hören Sie bitte? Hallo? Ja, haben Sie keinen Strom in der Wohnung oder auf der Straße? Wohnungsstraße. Beide? Beide, das kann nicht sein. Doch. Nein. Wenn Sie einen Kurzschluss haben, von Ihrem Fernseher. Telefon. Fernseher offen, dann schrauben, puff, nichts Licht, weißt du? Ja, nichts Licht, das ist klar. Aber Straße, Straßenlicht hat damit nichts zu tun. Ihr guckt unten bei Straße dunkel. Warum? Kann eigentlich nicht sein, weil das sind ganz verschiedene Leitungen, wissen Sie das? Vielleicht viele Leitungen, aber andere meine Wohnung, dunkel. Wo ist es denn, wo? Lagistraße. Wie heißt die Straße? Lagistraße. Können Sie es vielleicht buchstabieren? Was ist das? Die Buchstaben, ich verstehe die Straße nicht. Lagistraße, sagen. Telefonspaß.netz Ja, aber ich muss es aufschreiben, ich kann es nicht... Schreibst du, Lagistraße. Gleiche Straße. Nein, andere Straße, nichts gleiche Straße. Nein, wie heißt die Straße? Wie sagen, Lagistraße. Angstraße. Nein, Lagistraße. Plank. Lagistraße. Langistraße. Reinstraße. Nein, nichts rein, andere, gleiche. Langistraße. Langistraße. Lange Straße. Lange Straße. Wie, 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 lang, nichts, Langistraße. Nichts, lange Straße. Nein, Langistraße. Lang, lang wie? Wie lang? Lang wie lang. Ah ja. Das ist gut. Ja, Langistraße, Nummer, die Hausnummer? 53. 53? 53. Bitte? 53. 53. Ich, können Sie ein bisschen deutlicher sprechen? Ich sage drei. Drei, fünf. Eins, fünf. Bitte? Nochmal sagen. Ja, sagen Sie es nochmal. Drei, eins, fünf. Drei, eins, fünf. Richtig. Drei, eins, fünf. Aber es gibt keine Langistraße in Cannstatt. Doch, ich wohne. Ne, tut mir leid, es gibt... Ich wohne. Langistraße. Sie können es doch bestimmt buchstabieren. Sagen Sie mir jeden Buchstaben. Buchstabe? Ja. Buchstabe von Straße? Von Straße, ja. Nichts, Nummer, Buchstabe. Ja. Sagen? L, L. Bitte? L, L, L. Ja, L. A. A. M. Bitte? M. N. M. Ja, und dann? G. Ja, also Langistraße, aber... Ist das in Cannstatt direkt oder ist das ein anderer Ortsteil? Ich bin... Kann ich statt, sage? In Cannstatt. Telefonspaß. Und wie ist Ihr Name, bitte? Mein Name ist Ahmed. Das ist der Nachname. Familienname. Name? Ja. Name? Ahmed. Dürfen wir es auflösen, hier auf Freies Radio für Stuttgart? Ach Gott, ach Gott. Sie sind gerade Opfer unseres Telefonspaßes geworden. Mhm, das Gefühl habe ich auch, ja. Mehr von Ahmed gibt es im Internet unter www.telefonspaß.net.